Es war ein sonniger Nachmittag, als die zehnjährige Amara beschloss, einen kleinen Limonadenstand vor ihrem Haus aufzustellen. Sie hatte die Nacht zuvor die Zitronen selbst gepresst. Voller Aufregung, dass sie vielleicht ein wenig Geld für den geplanten Schulausflug verdienen könnte. Die Schule plante eine Reise ins Naturkundemuseum und Amara wollte unbedingt mitfahren, aber ihre Familie konnte sich den Beitrag nicht leisten. Die Nachbarschaft, in der sie lebte, war bekannt für ihre Vielfalt. Es war ein buntes Viertel, in dem Menschen unterschiedlichster Herkunft friedlich zusammenlebten. Doch das bedeutete nicht, dass jeder so offen war. Amara stand stolz hinter ihrem Tisch, als plötzlich ein Polizeiwagen vorfuhr. Ein großer, breitschultriger Polizist stieg aus. Sein Blick fiel direkt auf das junge Mädchen und erschien sofort Unbehagen zu verspüren. Er ging zielstrebig auf sie zu, seine Miene streng und unverhohlen feindselig. Hast du eine Genehmigung für den Verkauf dieser Limonade? fragte er schroff. Amara, überrascht und eingeschüchtert, antwortete leise, Nein, Sir, aber ich wollte nur... Kein Aber. Du bist hier, um illegal Geld zu verdienen. Das ist gegen das Gesetz. Pack das hier sofort ein, schnitt er ihr das Wort ab. Amaras Augen füllten sich mit Tränen, aber sie hatte keine Chance zu antworten, bevor der Polizist sie grob am Arm packte. Die wenigen Nachbarn, die die Szene beobachteten, waren schockiert, wagten aber nichts zu sagen. Der Polizist zog Amara zu seinem Wagen und fesselte ihre kleinen Hände. Du kommst mit aufs Revier, knurrte er, ohne auch nur ein weiteres Wort zu verlieren. Amara weinte. Bitte, Sir, ich wollte nur Limonade verkaufen, um für den Schulausflug zu sparen. Ich habe nichts falsch gemacht. Du hast die Regeln gebrochen und dafür gibt es Konsequenzen, erwiderte er kalt. Während er Amara in den Wagen schob, erschien plötzlich ein großer, schwarzer Geländewagen in der Einfahrt. Die Türen öffneten sich und ein gut gekleideter Mann stieg aus, Amaras Vater. Er war ein großer, stattlicher Mann mit einer Präsenz, die sofort Respekt einflößte. Doch was der Polizist nicht wusste war, dass dieser Mann nicht nur Amaras Vater, sondern auch ein angesehener Bundesrichter war. Was geht hier vor? fragte er mit tiefer, bestimmter Stimme. Der Polizist warf einen kurzen Blick auf ihn, ohne die Situation richtig zu erfassen. Dieses Mädchen hat illegal Limonade verkauft und das Gesetz ist das Gesetz, antwortete er gleichgültig. Amaras Vater blieb ruhig, doch in seinen Augen blitzte Wut auf. Sie verhaften ein Kind wegen eines Limonadenstands? fragte er, während er langsam näher trat. Wissen Sie überhaupt, mit wem Sie sprechen? Der Polizist lachte spöttisch. Mir egal, wer Sie sind. Regeln sind Regeln. Amaras Vater zog sein Handy heraus und wählte eine Nummer. Innerhalb von Minuten waren mehrere hochrangige Polizeibeamte vor Ort und der Polizist, der Amara so grob behandelt hatte, erkannte langsam den Ernst der Lage. Sir, ich, ich wusste nicht, stammelte der Polizist, als ihm klar wurde, dass er einen gravierenden Fehler gemacht hatte. Doch, das wussten sie. Sie sahen meine Tochter an und verurteilten sie aufgrund ihrer Hautfarbe, sagte Amaras Vater ruhig, aber mit unüberhörbarer Entschlossenheit. Und dafür werden sie zur Rechenschaft gezogen. Amara, die immer noch weinte, wurde von ihrem Vater in die Arme geschlossen. Es tut mir leid, Papa, flüsterte sie. Du hast nichts falsch gemacht, mein Schatz, antwortete er sanft und küsste sie auf die Stirn. In den folgenden Tagen erlangte die Geschichte landesweit mediale Aufmerksamkeit. Der Polizist wurde vom Dienst suspendiert und Amaras Vater setzte sich öffentlich dafür ein, dass Fälle wie dieser nicht ungestraft bleiben. Amaras kleiner Limonadenstand wurde zu einem Symbol für den Kampf gegen Ungerechtigkeit und Diskriminierung. Und sie selbst wurde zu einer jungen Heldin, die gezeigt hatte, dass auch die Kleinsten stark sein können, vor allem, wenn sie von der Liebe und Stärke ihrer Familie getragen werden. Und sie selbst wurde zu einer jungen Heldin, die sie von der Liebe und Stärke ihrer Familie getragen.